Hallo Leute, da bin ich wieder bei Sailor Parallel Worlds. Mein Name ist Matthew und wir probieren uns mal wieder an diesem tollen Boss hier. Na zumindest habe ich es jetzt erstmal rüber geschafft und da ist auch der Boss. Wieso kam ich jetzt von der Stelle nicht weg? Das ist Betrug. So, jetzt heißt das erstmal wir Mann ansammeln. Wui. 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 Aber gesperkt, wie etwas in Verhalte mach Stefan. Eine Malcolm mal gemacht hast. Ush. Leute, das mein Essen! Jo, so ne halbe Magie wäre schon praktisch, ne, aber ich besweife irgendwie, dass es das hier gibt. So, einmal noch und dann geht der richtige Kampf erst mal los. So, richtig geht der Kampf dann erst mal los. So, jetzt geht der Kampf richtig los, bäms. Jo, und da bin ich auch schon wieder tot. Gut. Ich hab nur noch eine Fee, yay. Ey, wie viele haben die denn? Nix für Ungut, aber wie viel haben die Dinger? Außerdem ziehen die auch noch so viel ab, wenn sie mich treffen. Bäms, bäms, so. Sag mal. Eins ist kaputt grad mal. Das gibt's doch nicht. Wie viel haben die Dinger? Ja. Ich besweifle irgendwie, dass ich überhaupt schon nennen soll. Und jetzt kann ich eins nur wieder runter springen und nochmal vom vorne anfangen eigentlich. So geht's natürlich am einfachsten erst mal schnell und hier ein bisschen Magie auffüllen. Das ist auch schon genau in welchen Raum ich rein will. Jetzt gucken wir uns hier nochmal kurz um, vielleicht gibt's hier ja doch irgendwo nochmal viel. Uh, damn. Vom beiden Seiten. Sollen es an der Stelle sein? Das würde mich mal interessieren. Sollen es an der Stelle sein? Was? Die Momente. Von hier komm ich natürlich ohne Probleme dann? Hm. Was ist das, der Kurschmuck? Seins hier nochmal Okay Ich hoffe ich werde jetzt nochmal kurz Fäden holen und dann Ja ist klar Ich wollte da eins nur kurz Fäden holen und nicht sterben Aber es gibt ja einen Weg wo wir ganz schnell rein können So Bäm Bäm So gehen wir mal hier hin, sammeln uns hier ein paar Fäden Und gehen dann mal wieder an den Dungeon Na toll, zwei nur So Ich denke jetzt einfach mal, das klappt genauso gut wie bei den anderen Ne, es war etwas tiefer Es war hier oben Da So, jetzt hier hoch, da hoch, hier hoch springen Da Ähm, hier wieder So was, ihr könnt mich mal, da Kreuzweise so So, und hier schneide ich da mal wieder, damit ihr euch nicht wieder angucken müsst, wie toll ich mich in diesen Raum anstelle Wobei, heute lasse ich mal wieder So, du kleiner Wiss, kommst jetzt erstmal hierher Dann Bäm Und Bäm Und Bäm Neun Hintern So Und dann schieben wir, und schieben wir, schieben, 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 schön Und Und Ich war noch auf Nice Ne, 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 ne So Schön So Ui, das ist, das ist nicht mehr praktisch Das ist das Das ist ja so Das ist ja so Das ist ja so